immer wieder bekomme ich tolle videos zugespielt aus das gerade in deutschland abgeht natürlich wie du schlecht gemacht wird und welches bild von dubai in den deutschen medien da so gezeichnet wird und schaut out an domi der buddy von unserem kunden david und er hat ein paar videos gemacht auch eins von mich und irgendwie fand ich das format ganz cool dachte eigentlich ist das cool ich schaue lustigerweise seitdem jedes video fast von ihm auch von front to end weil dann eben auch der mehrwert dann irgendwie von noch mal ein der dann in dubai ist kommentiert fand ich ja wie ganz fahrig und wir versuchen es einfach mal aus wenn dir das jetzt schon bis jetzt gefällt dann ja unbedingt schreiben natürlich auf den kanal und ich lasse mir gerne kommentare während dem video oder sowas ob das format gut ist und was du von den sachen die hier besprochen werden denn zdf frontal hat dubai thematisiert und zwar ja das paradies für schmutzige geschäfte mit martha oros whatever das ist aber sie ist bei frontal und sie hat sich dieses thema hier rausgepickt um wahrscheinlich auch ihre karriere zu boosten jetzt schauen wir uns zwar an gemeinsam ich habe es noch nicht gesehen muss man dazu sagen ich habe gestern drei viermal zugespielt bekommen das video wurde released vor weniger als im tag knapp 100.000 views 21 hours ago 100.000 views und fast 377 natürlich meistens negative wobald unser review ist präsentiert ok gut es lässt also viel hoffen auf dieses video viel spaß bei dem unserer ersten reaction video ob man mit geld glück kaufen kann darüber darf man streiten ist klar money kann freiheit kaufen zumindest wenn man sich früh genug absetzt ist nicht alles nach dubai nicht in hamburg oder in dubai oder in köln hier sind vier gründe für das gangster's paradise grund eins das stimmt dubai liefert natürlich nicht gerne aus oder fast unmöglich außer du machst hier natürlich irgendwelche sachen finde ich persönlich gut dubai bietet scheinbar einen vergleichsweise sicheren zufluchtsort denn die vereinigten arabischen emirate haben kein auslieferungsabkommen mit deutschland und das weiß auch dieser man zu schätzen banden und gewerbsmäßiger betrug in millionenhöhe so die anklage der haupt angeklagte ein radiologe müsste sich eigentlich in deutschland vor gericht verantworten doch er flüchtete der professor wird mit internationalem haftbefehl gesucht bisher erfolglos stattdessen hängt er aktuell in dubai ab angst vor deutschen strafverfolgungsbehörden sieht anders aus dubai liefert nur in einzelfällen an europäische staaten aus die ganze geschichte der emirate ist ja dadurch es auch die berühmte story von diesem einen nigerianer der diese crypto scams gemacht hat der war super super berühmt auch immobilienscams ausnahmen bestätigen jedoch die regel in einzelfällen stimmte dubai eine auslieferung zu ein beispiel 2018 lieferte dubai den britischen waffenhändler christian shell nach indien aus dort wird ihm bestechung vorgeworfen in einem großen wirtschaftsskandal er bestreitet die vorwürfe und behauptet er sei in einer art tauschgeschäft ausgeliefert worden indien soll im gegenzug geholfen haben die geflüchtete tochter des emirs zurück nach dubai zu bringen auslieferung gegen gefälligkeit trotz solcher einzelfälle bleibt dubai ein sicherer hafen für kriminelle die vor der justiz fliehen ich finde es auch faszinierend wie die leute immer dieses thema mit der tochter von schenk mohammed thematisieren ja das ist natürlich sehr schlecht sage ich mal in anführungszeichen aber sie ist direkt in der königsfamilie ich meine wir kennen es ja eigentlich nichts anderes und diana passiert ist oder was mit dem wir wollen auch nicht wissen was in den ganzen anderen königshäuser da passiert ja eins zu eins das gleiche aber in dubai wird das eben verteufelt der böse scheich tut seine tochter die aus der bahn gerät wieder reinholen ja aber es ist es ist sie ist repräsentantin der königsfamilie soll du kannst nicht in indien irgendwie in doha dann irgendwelche partys machen punkt ja das ist dass dieses schicksal haben alle menschen die in der königsfamilie reingeboren sind und ich kenne auch 23 du hast halt du hast halt nicht alle freiheiten punkt und das ist ja halt das kriegst du durch die geburt das ist halt das ticket ist du gezogen hast du hast jeden luxus du bist milliardärin bei default und für schmutziges geld und zwei sichere haben für geldwäsche und bin ich gespannt weil deutschland ist ja eigentlich das geldwäscheland nummer eins in deutschland kannst ja immobilien noch in kärsch bezahlen also jetzt ohne irgendwie das größer aufhängen zu wollen als ist aber ich würde jetzt mal den ganzen spielhallen da in deutschland jetzt nicht unbedingt legitimes business unterstellen wollen oder ist auch bekannt dass die eine oder andere pizzeria auch nicht jede pizza verbucht die sie da verkauft und wer hier in immobilien investiert bietet gerade ein datenblick dubai unlockt legt die besitzverhältnisse von hunderttausenden immobilien in dubai offen darunter daniel kenneherrn der hier immobilien haben soll der mutmaßliche chef eines irischen drogenkartells wird international gesucht auf anfrage äußert er sich nicht seine einheit der ehemalige siemens manager eduard seidel wurde 2008 im zuge der siemens affäre wegen bestechung ausländischer amtsträger zu einer bewährungs und geldstrafe verurteilt was die ermittler damals nicht wussten seidel hatte ein enormes vermögen in der schweiz gebunkert 54 millionen franken als siemens mitarbeiter 2022 durch die recherchen von journalisten auf die schweiz ist ja ich meine die schweiz hat es betreibt es ja bis heute genauso aber es sind halt schweizer da denkt man die berge den mann milka den urlaub bedenkt man an alles und ja den mittleren osten als gefährlich und schuldenframen dieses framing geht mir so auf den sack 54 millionen schweizer franken also eine menge geld und die vermutung liegt nahe dass beidl nicht nur ausländische amtsträger mit also aus den schwarzen kassen von siemens betroffen hat sondern sich mit diesem geld auf die eigenen taschen vollgestopft hat er bestreitet das natürlich stets die staatsanwaltschaft münchen hat die ermittlung wieder aufgenommen sie laufen bis heute also laufen bis heute das heißt er hat sein geld benutzen hat immobilien mit über gekauft und ohne verurteilt zu werden wird die person jetzt hier so geframed als krimineller der in dubai sein geld versteckt obwohl es in der schweiz versteckt hat und es ist noch nicht nachgewiesen worden ob er das geld vielleicht nicht aus deals verhandelt hat wo er wo siemens extrem profitiert hat aber ja doch seidel hat sich längst nach dubai abgesetzt es befindet sich derzeit immer noch in dubai lebt dort lebt dort das ganze jahr und ich gehe davon aus dass er die ermittlung in deutschland sehr genau anschaut seidel ist kein einzelfall wenn man sich mit wirtschaftskriminalität beschäftigt dann weiß man dass sich in dubai immer wieder mutmaßliche kriminelle verstecken dass ich kriminelle krimis aus der ganzen finanzkriminalitätsszene immer wieder abgesetzt hat offiziell geben die vereinigten arabischen emirate vor geldwäsche zu bekämpfen und internationale standards zu erfüllen das macht deutschland gibt offiziell vor geldwäsche zu bekämpfen aber die emiratis sind da sehr sehr transparent die sagen wir sind wie lichtenstein wie luxemburg wie die schweiz wie die kann mit canary islands hier british version 1 und so weiter und so fort kanalinseln ist es ist eine steueroase und damit sind die very very vocal about it so jetzt haben wir neun prozent einkommensteuer sondern neun prozent körperschaftssteuer für unternehmen ab 100.000 euro um nicht mehr als steueroase offiziell zu gelten von den ganzen greatest runter zu kommen hat geklappt also es ist dieses ist ein framing das ist die leute werden so geframed und diese stadt vor allem im zuge der recherchen zu dubai unlocked erklärten die emirate auf anfrage sie arbeiteten eng mit internationalen partnern zusammen um alle formen illegaler finanzgeschäfte zu unterbinden und zu verhindern dabei hat ein schwedischer reporter während der recherche zu dubai unlocked ganz andere erfahrungen gemacht bei einem undercover dreh traf er einem makler und erfuhr bei der finanzierung von immobilien rückt man gerne ein auge zu machen sie sich keine sorgen über irgendwelche transaktionen es wird erledigt das war's wenn es keine banküberweisung ist ist das völlig in ordnung crypto das ist auch komplett falsch das ist komplett falsch also wir machen gerade finanzierung noch und nöcher für unsere kunden wir haben allein fast 40 in unserem letzten projekt durch finanzierung durchgeprügelt du musst deine hose runterziehen du musst jede zahlung der letzten sechs monate nachweisen die höher als 2000 euro ist wo kam das her proof of proof of funds source of funds das ist einfach nur markler mit anzug don't trust markler mit anzug dubai ist ganz anders wir haben leute die aus ihren ländern fliehen um hier ihr bargeld zu investieren auf nachfrage erklärte die verantwortung auch da zur info maximal dürfen wir als bauträger oder jeder andere bauträger 50.000 die haben cash annehmen ja so für eine immobilien transaktion alles darüber bedarf eines source of funds das heißt du musst genau nachweisen wie du das geld verdient hast und wenn jetzt aber schnell geld also wie kriegst du das geld überhaupt auseinanders sie willst du dann 100 200 oder vielleicht sogar millionen beträge in cash auseinanders bekommen immobilienfirma dass diese vorkommnisse nicht ihren standards entsprechen und auch da ich bin seit zwölf jahren hier die anzahl von cash deals also cash cash die kann ich weniger als an einer hand abzählen also das ist es waren zwei deals wo ich wusste dass über bargeld transaktion noch damals in meinen alten maklerzeiten aber es findet nicht statt punkt es findet einfach nicht statt dass sie die vorkommnisse untersuchen wolle und gelobt besserung tatsächlich und auch da die cash deals reingehen die müssen das geld bei der bank hier einbezahlen und die macht natürlich ihre due diligence die machen ihre checks die schauen woher kommt das geld ist es legitim verdient worden ist es versteuert worden et cetera und trust me jeder der mit also ich mag dubai sehr ich liebe dubai aber ich mag die bank nicht weil es halt alles sehr über bürokratisiert aufgeblasen ist et cetera das ist schlicht und einfach gelogen was da erzählt zeigt ein regierungsbericht von ende 2023 dass den behörden nur verschwinden wenig verdächtige transaktion gemeldet werden ein beispiel 2022 gab es rund 250.000 immobilienverkäufe dem gegenüber stehen nur 405 verdachtsmeldungen in den jahren 2020 bis 23 ein traum für kriminelle die so ihr schmutziges geld in luxus immobilien stecken können es gibt viele beispiele für zwielichtige immobilien deals wie im fall frank schneider der luxemburger ex-agent hat mit der one coin betrügerin rusia ignatova zusammengearbeitet die millionen anleger um mehrere milliarden dollar geprellt hat okay auch da crypto business ist ist bewiesen dass 96 prozent der projekte einfach scams sind ich habe jetzt die zahl aus luft gerufen aber ein sehr 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 hoher teil one coin war sehr sehr early on und das hat viel also es hat auch vielen leuten geld gekostet weiß ich auch ich kenne auch 23 und war halt einfach das war im krypto bereich nicht dubai auch schneider wird wegen betrugs und geldwäsche von den usa gesucht aber trotz internationalen haftbefehl konnte er 2022 seine wohnung in dubai verkaufen für über zwei millionen euro der immobilienmarkt und die möglichkeit in den immobilien zu investieren ist glaube ich der schlüssel um zu verstehen was du bei so attraktiv macht für legale operationen und leider auch für illegale operationen sie können in einen enorm stark wachsenden immobilienmarkt investieren mit relativ niedrigen regulatorischen hürden kannst du auch wenn du nicht geld waschen willst aber wenn du ganz normal 250.000 euro mit einer 50.000 euro anzahlung der renditemaschine kaufen willst die dir pro anno sieben bis zehn prozent euro diversifiziert in die tasche rein spielt das ist ja das schöne an dubai und es wird jetzt so geframed dass die wachsende wirtschaft wir sind von 4,5 auf 5,4 haben wir unseren wirtschaftswachstum nach oben prognostiziert für 2024 dass die wachsende demografie die sehr sehr junge demografie wir brauchen schulen brauchen krankenhäuser brauchen infrastruktur wir brauchen ganz 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 viele wohnungen weil wir bis 2030 vier Millionen einwohner sein werden weil wir bis 2040 wollen die fast sieben millionen einwohner erreichen dass das den plan dahinter die was 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 hier umgesetzt wird wird hier nicht dargestellt und das ist was mich was ich die galle hochbringen lässt weil ich einfach nicht ich kann es nicht verstehen das ist einfach nur den leuten angst zu machen es geht einfach nur darum die leute klein zu halten es geht darum dass die leute nicht ja nicht in das ortsschild schauen und auf gar kein also das wirft international fragen auf die eu hat die vereinigten arabischen emirate auf ihre graue liste gesetzt nicht mehr sie kennzeichnet länder die unzureichend gegen geldwäsche vorgehen damit reihen sich die emirate neben staaten wie afghanistan und iran ein auch die fatf die internationale institution zur bekämpfung von geldwäsche hatte die emirate auf ihrer grauen liste anfang 2024 wurden sie zwar wieder runter genommen doch das kann sich schnell wieder ändern und ich glaube persönlich dass die fatf im nächsten jahr wieder dubai auf die graue liste nehmen wird dass das glaubt der volker mit einem ganz besorgten blick auf seinem barren auf seinem puffigen barren mit seinem zwei tage bärtchen und seiner tom ford brille mit der skyline von frankfurt die gerüchte das ist das was man hört in der szene und wenn das passiert hätte das fatale folgen für dubai auf die graue liste der fadf gesetzt zu werden bedeutet dass menschen waren wir aber lang genug das ist ja das schöne das ist das schlimme beziehungsweise der die entwicklung die dieses land gemacht hat um dort runterzukommen steuern zu implementieren ist hier ein big deal für die locals ja natürlich für wir europäer sind es gewohnt ich habe vor ich habe vor zwölf 13 jahren wo ich nach deutschland gebunden habe ich auch steuersatz von 38 prozent gehabt so gehört dazu bis in deutschland muss das ganze system finanzieren der punkt ist dass du hierher kommst das kennenlernen wie es steuerfrei ich habe zwölf jahre steuerfrei geld verdient ich habe mehr diesem land genutzt und dieses land hat mir mehr genutzt im gegensatz als wenn wir uns gegen seine steuer erhoben hätten weil es ist natürlich zahlst du indirekt steuern du hast überall irgendwelche fees zu bezahlen du zahlst alles aus wenn du nichts wenn du keine steuern zahlst kannst du nichts erwarten natürlich ist schulfies krankenhause teuer versicherungen sind relativ teuer wobei es geht eigentlich das so fast europäische standard aber ticken teurer aber wenn wenn ich meine kleinen kindergarten das wird nicht wahrscheinlich 3000 euro pro quartal 4000 euro pro quartal kosten wenn die kleinen kindergarten geht so du kannst dann auch nichts erwarten aber ich meine erwartungshaltung ist auch nichts zu bekommen aber was bekomme ich dann mega sicherheitsstaat ich bekomme straßen autobahn infrastruktur ich bekomme überall selbst in der wüste 30 kilometer in der wüste 5g internet das erwarte ich so hohen lebensstandard und den habe ich ja auch die bankverbindungen die banktransaktionen überweisungen werden viel viel schwieriger dubais bemühungen um transparenz und geldwäschekontrolle ist bislang kaum aufgegangen man kann schon sagen dass die rolle dubais sich nicht gravierend geändert hat dubai ist weiterhin attraktiv für geldwäsche und auch als steuerparadies punkte dubai das führt uns zu grund drei grund drei steuerparadies dubai der hauptgrund warum menschen mit geld nach dubai ziehen steuern erzählt diese marklerin auf tik tok warum dubai weltweit als steueroase gilt zeigen diese zahlen vor kurzem wurden neun prozent als wenn es in deutschland gescheit aufstellt und ich kenne da auch zwei drei coole jungs angefangen mit investment punk immer geben etc die diese so aufstellen dass du in deutschland gar keine steuer mehr zahlst das mal nur on a sitem körperschaftssteuer für unternehmen eingeführt ist die mehrwertsteuer beträgt gerade einmal fünf prozent und die einkommensteuer um acht ganze null prozent das muss man sich mal vorstellen das ist genau das dieses egal wie man verdient also jetzt jetzt wird ich spätestens wenn ich in wanne eichel auf der couch setzen würde um 21.30 mit meinen labbrigen chips die tüte dieser zwei stunden offen ist jetzt spätestens würde ich google wie ich nach dubai auswandern das steuerparadies ist dubai komplett intransparent etwa wenn es um die besitzverhältnisse von immobilien oder firmen geht bullshit kompletter es gibt die rest app es gibt dxp interact es gibt property monitor du kannst alles einsehen jede datenbank ist einsehbar es gibt ja auch kein dsgvo deshalb werde ich auch am tag zehn mal kontaktiert von irgendwelchen markt habe ich meine immobilien verkaufen will so ich nehme ich nehme schon gar keine calls mehr ab wo ich die nummer nicht kennen oder gespeichert aber das war zur info falls mir einer anruft und ich mich nicht zurück melde ist der grund dahinter so das ist das ist übertransparent also property monitor dxp interact rest app rest app kannst du jede transaktion minuten genau also notartermine bis um 12 uhr beim notar um 13 uhr stets in der rest app die sind nicht öffentlich einsehbar ein echtes goodie für alle die ihr schmutziges geld schmutziges geld kann ja nur schmutziges geld sein wenn es nach dubai kommt dieses steuerparadies schätzt auch anna chapman die ehemalige russische spionen alle russen mein gott die amis haben schon keine spiode schrieb sie auf instagram das konzept geht auf 2022 erreichte das jährliche investitionsvolumen in immobilien in dubai einen höchststand von 200 milliarden euro rund vier bling bling und sanktionen sind vergessen auch internationale sanktionen sind kein hindernis wenn man in dubai investieren oder leben will februar 2022 der angriff russlands auf die ukraine die eu reagiert mit umfassenden sanktionen auch gegen einzelne reiche russen sollen nicht mehr ihr luxuriöses leben in europa genießen können doch dubai empfängt sie weiter mit offenen armen der böse russen wie kannst du die bösen russen mit offenen armen empfangen dubai nachdem fast zwölf jahre verhandlungen gescheitert sind aus dem rote linien eine nach der anderen von der nato und von der eu überschritten wurde geschafft dass die russland sanktionen un sanktionen sagt gar viel und damit hat auch die uae und hat dubai diese sanktionen nicht übernommen politisch moralisch kann man das natürlich vorwerfen weil sie profitieren natürlich enorm vom westen ok jetzt kann man sich moralisch kann man sich vorwerfen denn die russen können sich hier ganz normal bewegen ich sag mal wie das in russland war meine frau ist ja belarus hin so da wurdest du nämlich von einem auf den nächsten tag vom swift system also von einem auf den anderen tag hatten die keine kreditkarten mehr hatten wie kein visum kann es wird die kommt nicht an geht also es war eine eine cash wirtschaft fast eine tauscht tauscht wirtschaft dieses wieder aufgebaut haben also davon redet keiner so was was eigentlich 99,9 prozent der menschen betrifft in diesen in diesen ländern in diesen städten der dieser länder ist das moralisch nicht verwerblich das wird der volk dann vorsichtig sagen aber letztlich gelten die sanktionen in dubai nicht davon profitiert bekhan agayev der abgeordnete der putin partei einiges russland wurde 2022 von der eu sanktioniert trotzdem verdient er weiter an seiner gut 300 quadratmeter großen wohnung sie liegt auf einer der luxuriösen palmeninseln wird für 100.000 dollar pro jahr vermietet eine wohnung in direkter nachbarschaft besitzt alexander boroday ebenfalls abgeordneter für einiges russland ebenfalls sanktioniert 2014 war er kurzzeitig premierminister der selbsternannten volksrepublik donetsk in der ukraine westlicher luxus ohne westliche sanktionen das ist dubais angebot und dieses angebot nehmen so manche kriminelle gerne an aber auch jeder normalo der ist es versteht und sein euro diversifizieren möchte und raus aus diesem brainwashing möchte die meisten hier ihr geld in sicherheit bringen wollen lassen sich daran nicht stören für sie heißt es nach wie vor wenn du wissen willst wie oligarchen geldwäscher und dubiose unternehmer den eu-staat zypern für ihre geschäfte nutzen schau dir unsere reihe cyprus confidential an im video die ich habe alles gesehen ich bin ich bin positiv überrascht ein gutes video glaube ich war es war wirklich viel futter für mich zum zum angreifen beziehungsweise zum kommentieren und deswegen genau schau mal wie viel gute berichte es geht nur um kriminelle sind hier geldwäsche waffen schmuggler dies dass der scheich holt seine tochter zurück mit gewalt frauenrechte arbeiter also all dieses framing da kämpfe ich ja gegen wellen an und das ist das ist meine größte aufgabe auf dem youtube-kanal ist weil sie bis jetzt noch angeschaut hast dann unbedingt mal subscriben und ich mal mit dem thema euro diversifizierung vor allem mit diesem scheiß ich muss jetzt erst mal keine ahnung nicht eine halbe schritte duschen weil es wieder so viel dreck war dass ich mir angeschaut habe ja an der stelle das video euch gefallen ich habe das format euch gefallen vielleicht schickt ihr mir gerne mal links oder macht mir gerne in die kommentare bei youtube-listen unter die videos die ich kommentieren soll und dann schauen wir mal ob wir das öfters machen so in diesem sinne mein name ist dann alles weiteres unten in den show notes verlinkt und wir sehen uns beim nächsten video